Eine wichtige Rolle bei Militärtransporten spielen zeitweilige Umladeräume, die an Wasserhindernissen eingerichtet werden können. Nicht überall sind Materialien für den Bau von Rampen vorhanden. Deshalb wird hier durch Panzerspringen entladen. In jedem Falle ist dafür die Genehmigung der zuständigen Dienststelle des Militärtransportwesens erforderlich. Diese Art der Entladung ist schwierig und verlangt von den Panzerfahrern großes Können. Sie werden nochmals gründlich eingewiesen. Da die Panzerfahrer ungenügende Sicht haben, gibt ein Posten auf dem Zug das Zeichen zum Drehen des Panzers. Ein anderer gibt nach der Drehung des Panzers um 90 Grad das Zeichen zum Springen. Innerhalb kurzer Zeit gelingt es, so den Transport zu entladen. auch noch größer Zeit. Nachden nicht nur die Zahn. Sie ihre Medina, die Garde, die Garde und die Pferde, die Garde, die wurde hier mit der Garde, die Drehung des M verflusser. Untertitelung. BR 2018